Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst, die Angriffstechniken mit Tanz verbindet. Sie ist wohl auf afrikanische Sklaven zurückzuführen, die im 18. Jahrhundert begannen, ihre Kampftechniken durch Musik und rhythmische Bewegungen zu tarnen. So vermischen sich in der Capoeira unterschiedliche afrikanische Tänze und Kulte. Capoeiristas aus aller Welt waren am Wochenende zu Gast in der Pfullinger Schönberghalle. Dort wurden die German Open 2023, also die deutsche Meisterschaft, ausgetragen. Eine Kampfkunst mit akrobatischen Luftsprüngen und filigranen Tanzelementen, kombiniert mit Rhythmus und Musik. All das ist Capoeira. Wie das auf einem hohen Niveau aussieht, haben Capoeiristas aus aller Welt auf der German Open 2023 gezeigt. Organisiert wurde die Meisterschaft vom Verein Capoeira Reutlingen-Tübingen e.V. Wir organisieren die German Open 2023 in Reutlingen. Und kommen die Athleten von überall, von der Welt, Leute aus Kasachstan, die Leute aus Polen. Und hier wird schon bewerten, wie gut die Leute sind vorbereitet mit der Technik, mit Akrobaten. Rund 200 Teilnehmer stellten in der Pfullinger Schönberghalle ihr Können unter Beweis. Angefangen beim Kindesalter bis hin zu den Erwachsenen. Bei der Capoeira geht es im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten nicht darum, den Gegner zu Boden zu bringen oder zu verletzen. Es ist vielmehr ein Spiel zwischen den beiden Konkurrenten. Die Philosophie von Capoeira ist es, jemand anderen in deinen Fuß laufen zu lassen. Das heißt, ihn nicht offensichtlich ins Gesicht zu treten, sondern sich so zu bewegen, dass er als einzige Ausweichmöglichkeit deinen Fuß hat. Und, aber das beschreibt nicht alles, weil Capoeira ist alles. Eben auch Musik, eben Philosophie, alles. Eine Philosophie, eine Lebensform beschreibt es wohl am besten. Im Kampf müssen die Athleten dabei auf eine wichtige Regel achten. Die Regel ist ganz wichtig, keinen vollen Kontakt. Wir brauchen die anderen Athleten, dass wir zusammen einen Kampf machen, aber mehr Techniken. Wo wir auf den Boden werfen, aber ohne ihn zu verletzen. Der heutige Wettkampftag begann mit der Graduierung. Hier haben alle Capoeiristas aus Reutlingen und Tübingen bei einer feierlichen Zeremonie ihren nächsthöheren Rang erreicht. Der wird durch die Farbe einer Kordel symbolisiert, die die Athleten um ihre Hüfte tragen. Das kennt man ja aus anderen Kampfkünsten oder Kampfsportarten, dass es gewisse Graduierungssysteme gibt. Und das gibt es im Capoeira auch. Da startet man als Anfänger mit der weißen Kordel und steigt dann so langsam auf, bis man dann auch Richtung Trainergraduierung geht. Das ist dann ungefähr die blaue Kordel. Und dann gibt man schon die ersten Stunden und dann geht es halt weiter, dass man irgendwann dann Instruktor, Professor und Meister wird. Und dann halt viel mehr Verantwortung in der Capoeira übernimmt. Danach starteten die eigentlichen Meisterschaften. Die Capoeiristas legten sich so richtig ins Zeug und wirbelten durch die Luft und über den Boden. Nach dem Kampf bewertete eine Jury die Leistung der Athleten. Je besser die verschiedenen Techniken und akrobatischen Elemente ausgeführt wurden, desto höher die Punktzahl. Beim Kämpfen müssen sich die Athleten aber nicht nur auf ihre Gegner, sondern auch auf die Musik konzentrieren. In Capoeira gibt es vier verschiedene Instrumenten. Die große Holz, das heißt Bedenbau. Dann kommen die Trommel, Tamborin und Agogun. Und diese Rhythmus, wenn der schnell spielt, dann muss schnell kämpfen. Und wenn langsam, dann ganz langsam kämpfen auch. Wer nun Lust bekommen hat, mehr über Capoeira zu erfahren oder die Kampfkunst sogar selbst ausprobieren will, findet weitere Informationen auf der Website des Vereins Capoeira Reutlingen-Tübingen e.V. Und dann gehen wir das in der Hand. Und dann kommen die Kristen. Wir haben diese Fall wieder etwas Lauf. Und dann kommen das spätestens der Kristen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.